Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Resident Evil 2. Wir müssen ja Eder retten und ich leg mal kurz die Kassette ein. Mal gucken, was da passiert. Na komm. Bitte. Bitte. Aufhören. Bitte. Aufhören. Bitte. Nein, 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 nein. Hier drüben, du Freak. Tu ihm nicht weh. Tu ihm nicht weh. Das Virus. Ich werde die Ratten verbreiten. Wahrscheinlich. Okay. Was ist das? Bei mir sind Turmspringern. Okay. Hier müssen wir ein Rätsel lösen. Dann kommen wir da nicht. Da hauen wir nicht runter. Okay. Let's go. Dann müssen wir nochmal zurück gehen, glaube ich. Aber was habe ich denn alles? Kann ich eigentlich da lassen, ne? Das brauche ich mal wegwerfen. So. Mal kurz gucken, was wir eben in die Truhe packen können. Ähm. Ähm. Blaues Gott brauchen wir nicht. Können wir nochmal verstauen. So. Okay. Ah, toll. Nur drei Schüsse für die Pump, ne? Belastend. Hier komme ich aber nicht hoch. Hier komme ich nicht. Ach, hier komme ich weiter. Okay. Gibt es hier irgendwo ein bisschen Muni Sonne oder sowas von mir? Wir brauchen für den drüben so Steckfiguren, so Schockfiguren. Sonst kommen wir nämlich nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter. Hier liegt aber noch was, oder? Warte mal, hier ist noch eine Karte. Die hole ich mir eben noch schnell. Genau. Karte der Kanalisation. Gut. Da hinten ist ein Kollege Schnürschuh. Ich glaube, der lebt noch. 100%ig lebt der Typ noch. Okay. Da ist ein Exit. Exit ist eigentlich immer gut. So, ich gucke mal kurz. Probieren wir mal den. Links zwei. Rechts zwölf. Und links acht. Ja, das war perfekt. Ich kenne halt die ganzen... Oh, was ist denn das? Schrotflinken-Ding. Nice. Können wir unsere Pump verbessern? Ich kenne die ganzen Coats halt leider nicht. Nice. Das ist aber eine fette Pump. Cool. Geht's hier überhaupt runter? Ich hab keine Ahnung. Ich denke aber schon, ne? Ach, guck mal, einen an, Kollege Schnürschuh ist auch da. Zwei von den Kollegen, Alter. Stirbt man? Ja, wir schaffen das, Leon. Der lebt noch. Er ist auch so dämt klar, ne? Die Mietfücher halten so viel aus. Die lagen gerade perfekt, um beide zu treffen. Okay, hier geht's auch noch weiter. Aber da kommen wir, glaube ich, noch durch, ne? Hier komme ich leider nicht durch. Okay. Da drüben war noch was. Hier ist noch ein Kraut. Oben ging's halt auch noch mal weiter. Okay. Warte mal. Ach, du Schell. Ich will nicht wissen, was dahinter lauert. Oh, ein Handgrenadchen. Das ist nice. Ach, du grünes Ei. War nicht hier, Kollege Schnürschuh? Ja. Okay, also hier haben wir jetzt aufgemacht. Da waren wir aber vorhin. Da sind wir ja hergekommen. Okay. Da hinten geht's auch nicht lang. Hier. Wo geht's denn dahin? Da kommen wir auch nicht durch. Da werden wir wahrscheinlich erst durch die andere Tür müssen, ne? Wir brauchen den Hebel, um das aufzumachen. Haben wir das nicht? Da haben wir doch aus der Polizeistation mitgenommen. Ich geh einfach mal da hinten lang. Weil hier geht nämlich auch noch ein Weg lang. Werkzeug. Da ist es doch. Genau was ich brauch. Boah, ich hab irgendwie Angst, dass Mr. X gleich wieder um die Ecke geschissen kommt. Jo, ist ja gut, Bruder. Lieferschein. Folgender Artikel wurde an ihrer Bestellung abgegeben. Ein Hitze bestelliger Tresor. Die Kombination ist mit Kreide an der Seite des Tresors. Bitte vor Benutzung Tresors entfernen. Okay. Weil hier irgendwo war doch noch ein Tresor. Ey, wir können doch hier Hilfe rufen. Warum rufen wir denn die Army oder so? Oder den Terminator am besten. Gegen Mr. X. Ich brüchte mal ein bisschen mehr Munition. Munition ist mir echt nicht schlecht. Na komm. Dann geh mal hier raus. Ne, hier hinten kann ich ja raus. Warte mal. Mal gucken, wo es da lang geht. Benutzen. Und auf ist die Tür. Na komm schon. Okay. Ach ja, ich erinnere mich. Ach du Scheiße. Schlüssel. Ist das nicht oben für die Tür? Wo geht es denn da hin? Wo zur Hölle geht es da hin? Ach du. Ach ich. Ja, ich erinnere mich, wo es da hin geht. Oh shit. Nö. Ich habe gar keinen Bock da zu sein. Mama. Ja, dann frage ich mich auch. Leon, Bruder. Einfach laufen. Einfach laufen. Einfach laufen. Einfach laufen. Scheiße. Nö, du Ekel. Auch das Mist. Nimm das. Aua. Mann. Die anderen können alle daran vorbeilaufen. Nö, ich ne. Scheiße. So viele Kugeln habe ich auch nicht. Warte mal. Kombinieren. Und kombinieren. Jetzt rippt. Kann ich mein Messer wieder haben? Boah. Diese Drecksviecher, Alter. Die sind so schlecht. Die sind so scheiße. Boah. Mann, sind die Viecher ekelhaft. Komm, ich laufe einfach was. Walla. Musst du riskieren. Diese Scheiße. Da. Klubsch Auge. Nimm. Oh Mann, ich stießen. Lass mich doch vorbei. Ach du Scheiße. Digga, diese Viecher sind so anders ekelhaft, ne? Oh. Oh. Gibt es hier irgendwie ein bisschen Muni, bitte? Boah. Was war das, Alter? Scheiß Mistrischer. Ich hasse sie so sehr. Ein bisschen Muni wäre halt nicht schlecht, ne? Noch eine Pflanze. Ja, moin. Dankeschön. Ich bräuchte aber eher mal ein bisschen Muni. Okay. Bin ich die eine Figur eigentlich dabei? Ne, ich glaube, die brauche ich, ne? Ich glaube, ich habe jetzt echt einen Fehler gemacht. Ich kann die... Äh. Ich kann das hier nicht holen, weil ich die Figur nicht dabei habe. Toll. Als ob ich jetzt nochmal komplett zurück muss. Ach, nö. Na danke. Was ist hier? Das nehme ich mit. Dann gehe ich hier runter. Es war so klar. Nice. Kopf weg. Oh, scheiße. Ich habe das Ding oben gelassen. Oder? Nee, ich habe es doch eingesteckt. Warte mal. Kann ich das da rein machen? Nee, da passiert nichts. Okay. Ich hasse dieses Rätsel. Wirst du der Richtige? Ja, er ist der Richtige. Oh yeah, Baby. Jetzt kriegen wir unseren Flammenwerfer. Oh ja. Ein ziemlicher Flammenwerfer. Oh, Baby. Okay. Warte mal. Okay. Wenn ich das hier aufmache... Warte mal. Ich mache jetzt hier die Tür auf. Wir müssen halt alle mitnehmen können, ne? Dann nehme ich erst den mit. Dann nehme ich den mit. Den machen wir da rein. Warte mal. Den da rein. Das hat mir jetzt aber auch nichts gebracht, ne? Doch. Den da rein. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Wie viel habe ich denn? Zwei. Ich brauche doch, glaube ich, mehr. Ich habe doch hier irgendwelche vergessen. Ich glaube, wir brauchen doch vier oder fünf. Warte mal. Mist, das war der Falsche. Den hier rein. Wieviel brauchen wir denn? Ich glaube, vier oder fünf brauchen wir. Um ehrlich zu sein. Aber mehr gibt es hier doch auch nicht. So. Da ist keiner drin. Ist hier noch irgendwas? Ja, was ist das? Steckdose, Steckdose. Elektroteil. Ja, toll. Ich weiß, dass ich da jetzt hinkomme. Okay, da komme ich jetzt irgendwie nicht hin. Ist hier irgendwie noch was? Wahrscheinlich da oben, ne? Aber wie soll ich da jetzt hinkommen? Na toll, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Das wäre jetzt halt natürlich ein bisschen belastend. Aber den habe ich doch rausgenommen. Na toll. Ich glaube, ich habe hier jetzt echt einen Fehler gemacht. Wie komme ich denn da jetzt wieder rein? Hmm. War als ob man die Tür jetzt hier auf einmal nicht mehr aufmachen kann. Nur wenn du mal einen Fehler machst, das ist doch... Das wäre ja richtig dämlich irgendwie. Das wäre ja wirklich dämlich. Auf eine Art und Weise. Ne, hier komme ich auch nicht durch. Hier. Okay, ist der falsche. Dann brauche ich den. Mist, ich dachte, ich habe alles erledigt. Aber ich brauche doch locker mehr als zwei. Ich brauche fünf Stück oder so. Vielleicht geht der hier mit die Tür auf. Oben. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt durchkommen soll. Ich kann es auch von hier nicht triggern, ne? Scheiße. Ich setze mal hier kurz ein TAT und schaue mal. Ich bin ein TAT. Soll ich played forchten with. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, das war der Falsche. Jetzt ist er der Rot. Benutzen. Und dann dahin. Und dann dadurch... So. So. Was ist das? Steckdose, Steckdose. Okay, sind alles nur Steckdosen, okay. Wahrscheinlich haben wir dann doch alles. Ja, Moin. Okay, auf wenigstens haben wir jetzt schon mal einen Flammenwerfer. Das ist schon mal geil gegen die Viecher. Ach, du grüne Neuner. Das ist ja nicht noch irgendwie ein bisschen Muni-Sonne von mir. Warte mal, ich mach mal das hier. Ausrüsten. Hier, burn, baby. Ich laufe einfach, ich laufe einfach und hoffe, ich werde das überleben. Ich meine, einmal können wir uns hören, wenn er uns packt. Nämlich mit einer Granate. Okay, er lässt uns los. Ehrenmann. Komm ich da hoch. Scheiße, ich bin falsch. Ach, nö, ich bin wieder auf die andere Seite gemusst. Mein Messer habe ich wieder zurück. Daddy hat sein Messerback. Okay. Stimmt, ich musste ja nach links. Fuck. Da war ja was. Boah, das ist hier so ekelhaft, ne? Boah, diese ekelhaften Viecher, ne? Äh, Kollege, du warst aber... Du warst aber voll nett da. Was ist los mit dir? Hier, nimm mal eine Granate. Viel Spaß damit, Bruder. Gönnen die... Was? Was? Na gut. Wenn du es willst, dann kriegst du es halt so. Dann brennen, Alter. Der RIP. Holen wir uns mal ein Messer zurück. So. Boah, mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Der war vorher nämlich netter, der Sack. Oh, Digga, diese Typen, Alter, ne? Sind so anders nervig. Da oben ging es ja nicht weiter. Dann gehen wir mal hier zurück. Ich habe halt gerade noch vier Kugeln. Vier Kugeln. Mehr habe ich nicht. Dann war es das. Okay. Hier geht es nicht weiter. Hallo? Wo kann ich aber den... Au! Digga! Als ob er noch lebt, Mann! Letzte zwei Kugeln. Boah, Bruder. Oh, hat der Arsch mich erschreckt. Oh, ho, ho, ho. Hat der Typ mich erschreckt. Oh. Junge. Ist ja jetzt irgendwann gut, oder? Ich kriege immer einen Herzenfuck wegen denen. So. Ich hoffe... Wo war denn die Tür? Wo wir nicht rein konnten am Anfang. Müssen wir da nochmal ganz zurück? Okay, warte mal. Wie viele Stecker haben wir? Nur zwei? Echt? Waren es echt nur zwei? Eins... Einer steckt. Zwei stecken. Okay. Waren es echt nur zwei? Ne, drei. Oder? Eins? Ne, hier brauche ich einen. Hier brauche ich einen. Und da brauche ich zwei. Dann fehlt mir doch noch ein Elektroteil. Hab ich das nicht... Das war doch vorne irgendwo ganz am Ende, oder? Hab ich das nicht mitgenommen? Warte mal. Verstauen. Laufe ich da noch schnell hin? Ich speichere jetzt hier erstmal. Weil ich habe nämlich keine Muni mehr. Und kann mir auch leider keine mehr herstellen. Das war hier oben, ne? Aber da komme ich schon mal hoch. Hmm... Belastend. Wie soll ich denn da hochkommen? Oder war das weiter... weiter hinten? Ja, moin... Keine Muni mehr, äh... Okay, warte mal. Ne, das waren... Doch, das waren die hier. Ich gehe jetzt mal den Weg zurück. Mal gucken, ob da noch irgendwo eine Tür ist. Ach komm. Guckst du dir an. Er lebt einfach immer noch, ne? Schon ein bisschen lächerlich. Es war klar. Aber ich habe auch keine Muni mehr für mein... Für mein Ding. Ich habe einfach auch keine Muni mehr für meinen Flammenwerfer. Ich habe für nichts mehr Muni. Ja, gut. Kannst du mich mal vorbeilassen, gull? Äh, sie lässt mich einfach nicht vorbei. Ne? Vergiftet. Und da kommt der Zombie. Ja, das war's. Kannst du hier nicht mal den Zombie hier schnappen? Da? Frischfleisch, wirklich? Ey, ich komme hier halt auch nicht vorbei an ihm, ne? Weil er zu fett ist. Ah, ja. Da hinten waren die. Ich habe echt keine Ahnung, wo wir das dritte Elektroteil herkriegen sollen. Scheiße. Ich kann mir halt leider auch keine Muni herstellen. Das ist mein Problem. Ach echt? Ich laufe ja schon. Glückwunsch, habe ich genug Pflanzen gefunden. Ich habe doch eins dabei. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hier überhaupt noch den dritten Stecker finde. Ich weiß, hier war irgendwo ein Aufzug, wo wir runter sind. Den habe ich leider nicht mitgenommen. Ich bin schon belastend ein bisschen. Oder ich habe da hinten doch einen vergessen. Hier geht es aber auch nicht raus, ne? Nö. Na ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit ö.